Hallo, willkommen liebe Zuschauer zu einem neuen, coolen Infovideo. Ich weiß nicht, ob es cool ist, aber auf jeden Fall ist der Hintergrund cool, warum ich dieses Infovideo machen werde. Und zwar möchte ich, ähm, momentan laufen auf meinem Let's Play Kanal ja einige Let's Plays parallel nebeneinander, so dass einige Let's Plays ein bisschen kürzer kommen und alles ziemlich unregelmäßig nebeneinander herläuft. Die Sache ist die, dass ich jetzt von einigen Zuschauern mal gehört habe, bring doch öfter das, bring doch öfter dies. Und, ähm, dementsprechend möchte ich euch einfach mal fragen, ich habe wieder eine super tolle Umfrage gemacht, auf welches Let's Play wir uns, ich sag mal, spezialisieren oder mehr konzentrieren möchten. Und ihr dürft das Ganze entscheiden. Das würde dann bedeuten, dass ich, also momentan mache ich es ja eigentlich so, dass, ähm, ein Video Minecraft kommt, dann ein Video Bär, dann ein Video Pro Cycling Manager und das sich immer so ein bisschen abwechselt, was natürlich die Let's Plays an sich, ähm, zeitlich dann immer so ein bisschen, also da kommt Minecraft dann halt nur jede vier oder fünf Tage. Und, ähm, das ist natürlich ein wenig ärgerlich und, ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich ja momentan ein bisschen mit dem Internet zu kämpfen habe und dass jeder uploadend eine ganze Nacht, ähm, in Beschlag nimmt, wäre es ganz cool, wenn wir uns da irgendwie auf ein Mittelding praktisch einfinden können. Also, jedenfalls, ich möchte von euch wissen, welches Let's Play wollen wir mal fokussieren? Von diesem Let's Play würde ich dann mehr Folgen online bringen, als von den anderen. Also, ich würde das ein bisschen bevorzugen und herausheben. Ähm, ihr könnt dafür voten. Der Link zum Voting ist in der Beschreibung, wie ihr das ja schon von mir kennt, das ist ja nichts Neues. Und zwar ist die Frage, auf welches Let's Play wollen wir uns, ähm, jetzt fokussieren? Denn, erstens, Minecraft, das läuft ja jetzt schon seit über 130 Folgen, ist aber immer noch gern gesehen bei euch. Vielleicht das. Oder, ähm, das Pro Cycling Manager Let's Play haben wir auch noch. Ähm, das läuft ja ein bisschen schleppend voran, muss man sagen. Da sind wir erst in der Folge 14 oder sowas. Dazu wird es auch noch mal ein extra Infovideo geben, da habe ich ein kleines Special geplant. Dazu mehr in dem Video dann eben. Oder eben Bernd das Brot und die Unmöglichen. Und das läuft ja einigermaßen regelmäßig. Und, ähm, ja, welches von diesen dreien soll es sein? Oder eine vierte Auswahlmöglichkeit. Ich habe nämlich vor, ein neues Let's Play zu starten. Ich habe ja angekündigt, dass ich die 300 Abonnenten mit einem neuen Let's Play feiern möchte. Und dieses Let's Play ist das Let's Play zum Spiel Rust. Ja, ich werde da mal wieder weitermachen, weil ich da einfach ziemlich Lust drauf hatte. Und habe da schon einige Folgen aufgenommen. Und die würde ich dann auch raushauen. Das ist also die vierte Möglichkeit. Wenn ihr sagt, ey, was geil, neues Let's Play. Oder wieder angefangenes Let's Play. Das möchte ich gleich richtig öfter sehen als die anderen. Dann sagt es mir in der Umfrage. Ähm, oder die fünfte Auswahlmöglichkeit ist. Nö, Fritte, eigentlich mag ich alle deine Let's Plays. Oder, ey, Alter, ich mag eigentlich gar keinen von deinen Let's Plays. Du bist eh scheiße. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das wäre dann die fünfte Möglichkeit, ähm, die dann eben heißt. Ja, mach so weiter wie bisher. Bring alles so ein bisschen regelmäßig raus. So gut wie es halt geht. Und, ähm, das wäre eben Möglichkeit Nummer 5. Ihr entscheidet. Meine Entscheidung ist es nicht. Ich sag mal, ich sag mal, wir brauchen ja eine Deadline. Nein, ich sag mal, wir machen das Ganze. Die Umfrage geht bis zum 26. Oktober. Das ist nicht dieser Sonntag, nicht der nächste Sonntag, sondern der übernächste Sonntag. Also 26. Oktober ist die Deadline. Und dort werde ich dann mal auswerten, was ihr in der Umfrage gesagt habt. Und dann kommt vielleicht noch ein kleines Infovideo, wo wir dann sagen, hey, so sieht es aus, Freunde. Ja. Also auf jeden Fall, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt, was das Voting ergibt und, ähm, wir sehen uns in den Let's Plays. Ciao, ciao.